Ja, hallo und willkommen zurück zu Faxanadu. Dann wollen wir hier mal den Kollegen totschlagen. Und du hast... und hier ist nichts. Das ist aber in der Ernst. Ja, dann Sekunde mal. So, okay. Müsst du mal kurz den Wecker anschmeißen. Also die Stoppuhr, dass ich nicht die Zeit vergesse. Ja, mal gucken, was wir hier... Wollen wir hier einen Schlüssel? Jo. Da hätte man tatsächlich einen King-Kieferballert für nix. Das ist ja ganz toll. Weil das hier... oh, fair! Na, komm mal. Und tschüss. Okay. Hilft dir ja nix. Oh, ruck. Oh, kommst du auch nachher? Oh, da ist was erschienen. Was haben wir hier? I'm holding Wing-Boots. Super. Okay, aber rauf kommen wir jetzt nicht mehr. Ah, du schon wieder. So, mach dich auf die einfacherweise tot. Dankeschön. So, was haben wir hier? Das sieht nach Rüstung aus. I've got the Battlesuit. Ah, den zweiten Teil von dem Set. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann gehen wir mal durch. Oder geht's nur nach oben. Na, komm her. Komm her. Komm her. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie raufkommen. Was ist das? Ich habe got the Magical Rod. Okay. Macht bestimmt irgendwie meine Magie besser. Weil sie jetzt leider nicht testen kann. Na, komm her. Na, komm her. Komm her. Komm her. So, ist brav. So, ich muss doch gehen. Ah. Nee. Muss schon von hier. Sag mal. Oh, come on. Ich glaub's ja nicht. Hallo. Spiel. Ah. Ey, das ist brillant. Ah, von hier. Bin doch doof. Na, das ist jetzt ja fair. Schmeißt mich doch gleich wieder die Treppe runter. Ah, das ist ja super. So, jetzt haben wir es gelernt von hierher. Danke. Das ist ja eine Scheiß-Stelle. Das ist ja eine Scheiß-Stelle. Boah, sag mal. Wie soll das denn gehen, bitte? Wie soll ich hier die Ringboots nehmen? Ja. Toll, 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 toll. Ach so, weil ich nicht, ja, ich klettere nicht, ich fliege. Äh, wir müssen ja mal warten, bis die Ringboots zu Ende sind. Okay. Danke schön. Hm, 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 hm. Hm, das ist ja seltsam hier. Okay. 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 Ja. Okay. Ah, super. Das ist also ein Loch da, das ist schon mal gut zu wissen. So, so, so. So, so. Ich hab gesagt, da ist ein Loch da. Ach, Mann. Das ist definitiv zu früh am Morgen. So, Pöks, rüberspringen. Guck mal, geht doch. Du triffst mich wieder, oder? Nee. Ist aber nett, dass du weggehst. Neue Stadt? Neue Stadt, wunderbar. Schönen guten Tag, junge Frau. Day... Day Drake. Nicht Day Break. Day Drake is a town at the border. Okay. So, was gibt's hier? Hello. Ja, ja. Coming to buy. Oh, geil. Den besten Zauber im Spiel. 15.000. Na gut, da können wir noch ein Weichen drauf sparen, würde ich sagen. Red Potions werden auch immer teurer. K und Q. Okay, 1200, ja. Ne, erstmal noch nicht. Erstmal gucken. Was es hier noch so gibt. Oh, der Drunk ist weg. I have not seen you for a while. You will find a magic cane when you get above the tower of Pillar. The castle of Dartmoor is a complex maze. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Äh, jetzt geht's hier. Oh, geht's weiter. You are the famous warrior. Das ist völlig richtig. You are as good looking as a furred. Das ist wahrscheinlich richtig. Allerdings hat das NES Schwierigkeiten, das adäquat darzustellen. Wenn wir mal so. Did you find the magic cane? Ja. Also falls das Ding... Ups. Ne. Falls das das magic cane, der da das... Der magic cane ist. Mein Gott. Ich weiß es nicht. Ich werde dir einen Titel geben. Champion! Das klingt doch gut. Ich werde dir lebendet werden. Das werde ich machen. So, dann... Mal kurz hier... Oh! Jetzt hat der Metzger eine Krankenschwester. Wie darf ich das denn verstehen? The guru of Conflate has the ring of dwarves. Soll ich da jetzt hin zurück, oder was? Oh Gott. Da muss ich... Muss ich zurück? Weitmiet. Zwei, fünf, fünf... Ja, ein bisschen Magie kann ich brauchen. Okay. Ja, also ein guter Rad teuer. Oder wir gucken, ob man hier... Ob es hier weiter geht. Ja, geht es. Nicht gut. So viele Wege. So viele Wege. So viele Wege. Ja, da würde ich sagen, werde ich hier einfach mal abspeichern. Und... So. Jo. Dankeschön. Und ich würde sagen, das... Werde ich es auch dabei erstmal bewenden lassen für dieses Video. Ja, und dann mal überlegen, wo ich als nächstes hingehe. Da haben wir jetzt ja einige Möglichkeiten. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.